Jetzt zu erkennen, die keine haben, kann von Tieren schwer erkennen, wie ein Mann, wie ein Frau ist. Sorry, dürfte ich gerade mal eine Sekunde um die Tieren-Boch gucken. Ich muss bestätigen, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Äh, ist mir so falsch. Oh, einfach ein Lichtbüschel. Das ist die Musik, als wir gegen die Wiesenspinne gekämpft haben im Königreich eben. Bestimmt, jetzt kenne ich die... Violine? Ich weiß nicht, was... Ich weiß nicht, wie Lien... Violine? Okay. Ablenkung, Ablenkung. Ablenkung. Das ist doch sehr knapp. Ach, Check, du hast doch vorhin von diesem Spinnen geredet, in kleinen Häusern. Das war sehr knapp. Ah, da ist der Bruder des Mannes. Ja, ja, Achtung. Spass. Erlösung. Ah, da ist der Bruder des Mannes. Ah, das muss ich kaputt machen. So. Umberthin. Das war's. Okay. Da. Noch ganzes Buch sammeln. Mal sehen, was es macht. Also für Täuschungszauber in diesem Zauber hochsenken. Plus zwei Stärke, Geschicklichkeiten plus zwei. Was hast du denn überhaupt so für Zauber? Äh, das Licht von Tardeck. Mach den Gegner vorübergehend blind, was die Trefferquote von Nah- oder Fernkämpfern reduziert. Alle verwandeln mit Unsichtbarkeit. Wieso hast du Naturzauber und Kampfzauber, Junge? Genau. Das ist doch die Richtige. Ich glaube, das ist ein... Das ist ein Quest-Legenstand. Also, ein Quest, äh... Jaaaa... 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 Sucht meinen Bruder Gage. Bietet ihm jegliche Unterstützung, die euch möglich ist. Berichtet ihm, dass wir leben. Nehmt mein Buch zum Beweis, dass ihr uns getroffen habt. Vielleicht nützen euch diese Zauber unterwegs. Rasch! Geht! Sucht Gage! Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Äh... Das du gesagt hast, hat es nicht mit dem Untertitel in den Beinen gestimmt. Sie unsere Kraft nicht greffet. Etals! Ach gut. Ach gut. Ach gut. Kein Sammestück. So ein Quest-Legenstand. Schade. Erstell dir mal einen Rucksack für. Einzigartige Genstände reingeschmissen. Bitte. Papiertüte. Übers Gesicht. Du hast den Dungeon überlebt. Schäm dich. Ja. Er hat ein bisschen Larch überlebt. Nur dafür, nur diese dumme Kopfküte zu bekommen. So. Noch weitere? Ne, Starge! Was war denn diese Ruinen da oben rechts dann? Mit der Bucht. Oh, da war's ja. Okay, vielleicht nicht ein bisschen zu brauchen. Oh nein. Ganz kurz wieder. Ich krieg ja noch ein Hetz gehabt. Es kommt hier raus. Ganz süß, ey. Sehen wir... ...mit die Lays. Kleine... ...die Fichter sind, dass sie süße sind die eigentlich. Größer werden ist so schrecklicher. Ja. Ja. Nehme... Oh nein. Bis... Ah, verpudelig. Verpudelig. Ja. Ja. Winzige Spinner, wie süß. Große Spinner. Fägt mich ja durch Schrecken. Oh nein. So viel Schilf. Ich bin schon in meiner Kindheit. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hier brenne ich nicht. Das ist die Animation. So. Ich werde euch jetzt zeigen, wer der bessere Skorpion ist. Möchtest du denn deinen Start? Ja. Ach. Ja. Was noch wärs denn? Das ist der bessere Skorpion. Ja, leider. Die Skorpion und die... ...wandelungen nicht. Im Level. Das ist nicht echt doof. Das ganze ist das Haussteam. Von daher schließlich muss es überarbeitet werden. Das Beschwörungen und äh... ...wandelungen mit dem Level-Scalen. Das sind tolle Verhandlungen wie halt Skorpion. Vor allem mit dem... ...ziemlich schwach. Oder C4. Ja. Das ist auch wie mit Skyrim, wenn man so in der Meister... ...Stufe ist. Du benutzt einen äh... ...Zauber der Stufe Meister. Ja, sorry. Du kannst nur Kreaturen bis Stufe 25 damit beeinflussen. Ja. Hallo? Oder der Entwaffen wird auf den Schrei. Macht glaub ich auch einen... ...fünfzehn. Im höchsten. Das ist bei allen drei. Hast du so befeuert? Oh, Schiff. Uch. Wann hast du heute denn noch? Ja, bei Noah hast du die nächsten Leistung geschauen wolltest. Packed out. Oh nein. Kicken. Na gut. Lassen wir überleben. Wollt schon den Heizer auspacken. Ja, ich... Kleine schlecht ist nun ganz zu. Zum Beispiel zu. Ah, Bob. Ja. Bisschen voll der Bob. Hilfe. Panzerung. Panzerung. Plan. Und sie verdrängt eigentlich... ...die... 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 ...würden sicherlich noch mehr heilen, wenn es hier die Tannen zurückgibt. Ich bin froh, dass du nur eine einzige Vision verdrängt hast, um die Prozente heilen. ... 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 Die sehen eigentlich offensichtlich aus. Ich glaub, das ist hier die Stadt, aber dafür lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Ja, hier ist die Stadt, hier sitzt ein Typ. Ja, dann... Gehen wir erst mal zu Rappi. Okay, Rappi! Boah, ich hab ein bisschen Schuhe an, so. Ich sammle mich das Geld. Nein, Rappi zieht Schuhe an. Da sind keine Stiefel, keine Schuhe. Na, geben wir erst mal ein. Kleppenläufer, yay! Oh nein, oh nein. Glaub ich auch nicht. Muss ich eigentlich auch ein tolles Geld installieren. Kleppenläufer-Mod für Skyrim. Nur weil ich das jetzt schon gesagt habe, macht mich wieder unwirklich bei allen. Hm. Wir wollen mich, dass niemand ein Gebot hat, um den Mord rauszunehmen. Ja, in Seite gehackt und alle... Und den Mord wurde einfach installiert. Oh nein, Ficken. Ja, sind diese scheiß Bogenschütze. Ficken, soll sich alle auch... gehen? Bin ich allein, Snap ist noch hier. Ja. Ich weiß. Soll ich nun das zurück sagen, was ich vorhin zu mir gesagt hast? Du hast das zuerst zu mir gesagt. Hast du zu mir gesagt, deswegen muss ich es zurücksagen. Warnung, Brücke fehlt. Was ist der Erste, der das zu mir gesagt hat? Ich weiß das gar nicht. Tausend Male. Ich hab das einmal zu dir heute gesagt. Ich weiß. Was? Ja, ich glaube hier fehlt eine Brücke. Ja, wir müssen ja die finden. Dann rollst du eine Strecke. Ja, das ist nach einem... ...setteil... Feurigen Füße. Ist schon nach Setteil Wuhan. Ja. Kann sein. Dass man nicht nach unten schießen kann. Egal. Perfektes Ziel. Die ganze Sauersgang da unten. Das war... Ja, ich denke wir kommen aus der Höhle raus. Ne. Ist das in der Höhle? Ach schade, die sind zu weit weg. Ich kann so anwesern, aber die sind zu weit weg. Und schöne Aussicht, muss ich sagen. Halt schon, auspacken und runtersprengen. Interessant. Für das Alter sieht das Spiel auch recht gut aus, vor allem so in Höhen. Ja, für das Alter. Ach, da ist es. Okay, ich habe das Schild vorher nicht gesehen. Ich bin froh, dass das Chicken das gefunden hat. Soll ich einen kleinen Schluck nehmen? Ja, stay hydrated. Ja, halt. Lipton... IST Zero. So, Null Zucker. Darf ja nicht so viel Zucker zu mir nehmen. Sonst sind wir wieder schlecht. Hallo! Ah, der Bruder von dem Mann der Frau. Diese Beschreibung. unsere Höhle von der Frau. Ich bin froh, dass ich nicht so viel machen kann. Das ist ja nicht so viel. Ich bin froh, dass ich nicht so viel mache. Aber wir sind wohl auch nicht wieder. Und ich bin froh, dass ich nicht so viel mache. Ich bin froh, dass ich nicht so viel mache. Wo ist das? Der König der Zaurasker, so, so. Ja, wir sind ja unterwappen. Bei unseren Köpfen. Weil, wer es vorher gesehen hat. Ach ja, äh. Da wurde die ja Zollbeschreibung gemacht. Den Nächsten sagen wir, hey, das sind die Kosen des Sohnes des Bruders, des Mannes der Frau. Äh, willst du lesen oder sollst du gar nicht vorher mit dem Typen reden? Du kannst erst mal mit dem reden. Okay, soll ich beschreiben, wie ich schwer bin. Ambertin schickt er euch, was? Ist das wahr? Ihr habt sein Buch. Es muss wahr sein. Wie tapfer und selbstlos er doch ist. Ich muss euch um Unterstützung bitten, Reisende. Ich habe herausgefunden, woher die Drog kommen und die Heuler und die anderen Bestien, die uns die Pilgerfahrt zur Hölle machen. Na, wir werden auch direkt die Typen töten, sein Buch mitnehmen und die abnehmen können. Das Buch dabei haben, weil sie nichts noch im Leben ist. Echt mal? Also mir. Na, Siram! Der König der Zahraska ist gefährlicher, als wir dachten. Ich fürchte, er hat sich der gleichen utreischen Technologie bemächtigt, der er seine eigene Existenz verdankt. Und die er jetzt selbst benutzt. Er muss aufgehalten werden. Wir sind viel zu schwach, um ihm die Stirn zu bieten. Doch ihr... Ihr seid auf dem Pfad der rechtschaffenen Kraft. Nehmt eine Abschrift meiner Notizen. Studiert sie. Vielleicht findet ihr einen schwachen Punkt. Besiegt noch, Siram! Das ist unsere einzige Hoffnung. Na so. Aber wir haben benutzt dieselbe Technologie, mit der er selbst erschaffen wurde. Interessant. Weil hier möchte ich überhaupt nicht wohnen wollen. Du kommst hier so als, äh... Entweder eine neue Person oder irgendjemand anderes hier rein. Da, la, 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 la. Du guckst direkt hier rein. Oh, da schläft jemand. Man hat hier nur Privatsphäre. Vor allem der Windzug, ey. Wenn's mal reinregnet. Echt gut. So, lesen. Ach, stimmt. Notizen von... Gage. Was haben wir denn so? Schreiben ist nicht die wahre Stärke Gages. Auch nach intensiven Lesen ist nur folgendes verständlich. Die utrischen Pilger haben viele Entbehrungen erleiden müssen. Sie waren schlecht auf selbst die einfachsten Probleme einer Reise vorbereitet. Und wurden von allerlei furchtbaren Bestien angefallen. Gage glaubt, dass diese Bestien von Nosirom geschaffen wurde. Gage verdächtigt Nosirom... Archei... Äh? Das ist nämlich Archei-Vergensatz. ...utrische Techniken zu verwenden. Mit denen auch die Zaurasker und die Hasati erschaffen wurden. Diese Techniken sorgen dafür, dass sich Wesen von einer niedrigen Bewusstseinsebene hin zu einer höheren entwickeln. Das ist dann, wo da zu Wissenschaften nachkriegen. Das erinnert mich jetzt an die eine Black Clover-Folge, wo... Ähm... Äh... 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 Noelle... Äh... Fügel-Leon... Der im Koma-Lag besuch... Äh... Besuch... Der im Koma-Lag besucht haben. Und dann hinterher sind die auf... Äh... 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 Mimosa und Klaus gestoßen. Und dann haben die da... Juno hat es auch... Die haben da auf jeden Fall geredet. Und Juno meinte, wenn jemand einen Zauber kennst, mit dem man Asta-Küger machen kann, dann können die das bitte benutzen. Vielleicht hilft das... Ja, ja. Ja. Dabei darfst du dann Intelligenz gewinnen. Naja, der hat den, glaube ich, während der Spade-Kingdom, weiß er gewesen. Ja, da war seine Intelligenz auf 3 laut dieser einen Karte. Leider ist er dann wieder verschwunden. Ist wieder auf 1 runtergegangen nach dem 2-1-Cap. Aber Asta ist eigentlich nicht dumm. Ihm fehlt nur das Allgemeinwissen, weil er irgendwo im Nirgendwo aufgewachsen ist. Da ist eigentlich schon ein Kuga-Kerl, der blaue Einfälle hat, was man ja gesehen hat, hat im Kampf gegen... Äh... Walthos. Naja. Äh... Ja, oder... Oder es ist seine... Was hat er das Ding noch mal? Die Verwitzbindung? Mit Liebe? Da haben wir erst mal versucht, da hat mir erscheint mir auf die Schultern. Vielleicht muss ich jetzt so. Das hätte ich gern gewesen. Nussi-Rombe versucht mit den Techniken für Trier ein gewaltiges Heer unter seinem Kommando zu erschaffen. Dabei ignoriert er die Auswirkungen, die sein Handeln auf das natürliche Gleichgewicht haben. Die Druckstellen mit ziemlicher Sicherheit Nussi-Rombe versucht da, ein Echsenherd zu erschaffen. Dank seines geringen Verständnisses der Techniken oder auch dank des schadhaften Zustandes des Amuletts sind die Druck nur schwach und sehr einfältig. Was für ein Amulett? Das ist ja auch nicht. Vielleicht hat er da ein Amulett dabei. Oder ist das aus irgendwelchen... Eigentlich, der Stein vor Lauer kann das ja nicht sein. Dann haben wir die Asati abgenommen. Es wird vermutet, dass Nussi-Rom in dem Versuch, noch mächtiger zu werden, das Amulett auf sich selbst angewendet hat. Was für ein Amulett? Da Nussi-Rom jedoch bereits auf einer höheren Entwicklungsebene war, schließlich ist er Zauraska, konnte dieser Versuch nur teilweise glücken. Der Vorgang trieb ihn in den Irrsinn. Irrsinn. Ja, war passiert. Ah, wir haben das Auberbuch bekommen. Ah, nee, das ist dasselbe. Warum habe ich das Auberbuch noch dabei? Ich habe da auch eine Reihe. Der Spieler ist, der sich selbst nutzen kann, falls er aus irgendwelchen Gründen bis zu diesem Zeitpunkt keinen Zart. Ach so, stimmt. Na egal, nehme ich halt in meinen Smurzack für einzigartige Gegenstädte. Nein. Papis Rucksack. Ja, mein... Auch schön, was wir mit seinen hart erfarmten Notizen machen. Einfach auf den Boden werfen. Oh na. Oh. 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 Äh, Pilger unter der Führung von Jeffs sind also zu Nuss hier rum unterwegs. Ja, Jeff, der gleiche Jeff, dem wir den Brief bringen sollen. Rappi, wir haben mal eine Spur von dem Typen. Von dem Sohn des Vaters. Ja, des Vaters Sohns. Gut, dann ist ein... Ja, der war ja bei den Pilgern. Wir sind sehr weit vorher rausgekommen. War rausgegangen, war ich. Ja, Peter, was hast du denn zum Einkaufen? Ja, Rappi, lass mit der Frau lesen, ich bin im Einkaufen. Die Folgen wirken weiter. Nosyrom wird täglich mächtiger und ich fürchte, er nutzt unsere neu errungene friedliche Haltung aus. Vor wenigen Tagen brach eine Delegation von Pilgern unter der Führung von Jeffs zu Verhandlungen mit der Bestie auf. Ich warnte sie, dass Nosyrom der uns zu teilgewordenen Erleuchtung nichts abgewinnen könnte, doch sie hielten am Weg des Friedens fest. Wir haben nichts mehr von Jeff und seiner Gesandtschaft gehört. Zuletzt sah man sie auf dem Weg zu Nosyroms Festung. Ich fürchte, ihre Unschuld hat sie verraten. Bitte, sucht Jeff und seine noch lebenden Begleiter. Und falls es euch möglich ist, flehe ich euch an, die Bestie zu bezwingen, die wir selbst auf die Länder von Arana losgelassen haben. Mir ist klar geworden, dass der Weg des Friedens manchmal nicht so gerade verläuft, wie erhofft. Tja, kann halt nicht immer Frieden haben. Ah. Spiele, es ist aber so ein Zauber. Also Zauber. Teilung 8, Kampfzauber, ja danke. Okay, ist nicht schön. Ich habe schon ganz Lust, diesen Mord runterladen, zu laden, damit man alle Kreaturen beschwören kann und die unendlich hat. Ich habe schon Lust, mich mit dem Winter rauf zu machen. Okay, die fallen los, die Rangs. Äh, falsche Richtung. Wie geht es hier da raus? Ja, Zahnestadt um zwei Bewohner. Bisher. Na, wieder Belebnungsstatue? Hm, das war... Geradie! Oh, wo war jemand hier? Na, wieder. Ich soll ein Brunnen für dich putzen? Okay. Ich glaube, es sind mögliche Begleiter und sein. Sieht aus wie Cleaning Lady. Ja, aber immerhin kann man bei denen sehen, dass es Frauen sind. Halt, Fahrender! Nur ungern unterbreche ich eure Fahrt. Doch ich glaube, ihr wurdet hierher geführt, um uns zu helfen. Hier in Sulfarias Bucht findet ihr alles, was von unserem Pilgerzug übrig liegt. Wir hatten darauf gehofft, ein heiliges Ritual durchzuführen, Abhilfe zu leisten für unsere begangenen Sünden und dieses Land zu erlösen. Viele, ach so viele haben wir verloren. Jetzt ist uns der Weg versperrt. Wir können nicht weiterziehen. Doch das Ritual muss vollzogen werden. Nur dafür haben wir den langen Weg auf uns genommen. Wir sind keine Fahnden. Wir gehen. Für mich ist klar, dass sich unsere Wege aus einem bestimmten Grunde kreuzten. Ihr müsst das Ritual vollenden. Die Sauraska haben den heiligen Brunnen eingenommen und verpesten ihn mit ihrer Anwesenheit. Um ihn zu reinigen, müsst ihr sie beseitigen. Mit Gewalt, falls nötig. Ich bitte euch, wir haben so viel gegeben, um bis hierher zu gelangen. Lasst all unsere Opfer und Leiden nicht umsonst gewesen sein. Befreit den Brunnen und vollendet das Ritual. Okay, wir sind fertig. Brunnen, der Heilbrunnen. Schön, wir sind mit der Dame zu hören. Wir schicken im Hintergrund, da sterben, also halbem Sterben ist. So, ich mach das schon. Ja, klar, genau. Da müssen wir als Fahnden den Heilbrunnen heilen. Verschmutzten Brunnen reinigen. Hm, was kommen wir bekannt für aus Grim Doran? Was ist denn ein Job für Pelos & Moon? Oh, Festungsbrunnen. Emmerats Festung. Ja, wo ist der, wo wir hin sollen? In diesem Jahr wurden die Festung fertiggestellt und uns alle erfüllt große Freude. Die weiße Lohrnath taufte die Festung Emmerat, welches das alte Wort für Stein des Feuers ist. Da die Festung den Weg zum lebenden, geschmolzenen Gestein im Inneren des Berges bewacht. Die ist schon wieder bekannt. Was die Quelle unserer Macht darstellt. Die Befestung wird als ein Zeichen der Stärke und des Ruhmes unseres Volkes dienen. Und Fremdlinge unserer Macht und Größe verdeutlichen. Ja, vor allem die Körpergröße, weil die Utrea sind alle so klein. Wir haben alle Elemente gezähmt. Wir lenken Flüsse in Bahnen, die unsere Felder bewässern. Wir fangen den Wind, um mit ihm unsere Generatoren zu betreiben. Wir pflügen die Erde, auf das sie unsere Nahrung hervorbringen. Und wir verfügen über die Hitze des Feuers. Dieses gewaltige vulkanische Feuermicht, den wir unsere Maschinen und Lampen betreiben. Die Festung Emmerat wird für Äonen die greifbare Verkörperung des Größen unserer Zivilisation sein. Und ob ihr selber weggerannt habt. Äh, fangen wir einfach die Leichen. Ich kann nicht mal auf dein Bild klicken, sondern auch so weit weg. Oi. Nee, 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 nee. Ja, kann passieren. Und mich ständig anmeckern, dass ich vorlaufe, angeblich. Walsches kann. Lass dich mal an deine eigene Nase. Oder sind deine Arme dafür zu kurz? So als Raptor. Nö, die Nase ist zu lang. Oh nein.